Läuft alles? Läuft. Ja, mit deinem kleinen Traktor. Ja, müssen wir mal gucken, dass der Harry auch noch kommt. Ja. Wieso sollte der Harry kommen? Der mäht gerade seine Wiese. Er hat eigentlich zugesagt, dass er auch hilft. Ist er auch für sich. Ja, stimmt, aber ich habe ihn eben gesehen, wie er sein Feld mäht, also seine Wiese. Seit wann kann man ein Feld mähen? Seit wann gibt es Dolz? Flugscheißer. Ja, das freut mich auch, warum es überhaupt Deutsch gibt. John Deere immerhin die beste Wahl. Deutsch stimme ich dir zu, aber John Deere nicht. Fend for life. Und damit seinen ekligen Fendt weiter. Raus. Nee. Benas. Joa. Ja. Halle steht. Hast du toll gemacht, kurz Frau Kappa. Bin stolz auf dich. Hallo? Ja, Harry. Ja. 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 Äh. Wir sind am Ansehen. Ja. Wenn jetzt seid ihr es, komm rüber. Ja. Ich komm. Dauert ewig, aber ich wollte es dir jetzt nicht verraten. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ja, hab ich kaum dran. Jo. So. Ja. Ähm. Soll ich euch direkt den Preis sagen? Und wieso den Preis? Muss ich auch was verdienen. Muss ich auch was verdienen. Verdienst, Ruhm und Ehre. Genau. Hast mich mal gefragt, ich muss hier fliegen und bekomm nix. Das mach ich nur für die Stadt. Ja. So schaut's aus. Ja, dass das ein bisschen später hier wurde für, äh, mit der Halle. Bisschen. Ja, macht 4000. Ah, wisst ihr was? Macht gar nix. Fängt da statt. Das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Das ist genau das. Richtige Einstellung. Kriegst auch einen Stern auf dem Boden. Ach, wat. Ja, ab nach Hollywood. Ach, wat. Brauch ich alles nicht. Warum Hollywood, wenn es das Grünfelder Land gibt? Stimmt. Was ist hier denn alles im CD-Punkt los? Also, Grünfelder Land ist besser, ja? Muss ich zuhören. Also, äh, ich schenke der Stadt die Halle, ne? Geschenken oder gesponsert? Sponsoring. 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 Bows. Raising. Aber fein hier. Wir probieren's. Sponsoring. Ja. Pack noch mal wat Dünger auf unsere Wiese, ne? Äh, jo. Hast du nen Düngstreuer? Klar. Äh, kannst mal gucken, ob mein rechtes Feld auch noch was vertragen kann? Also, ich weiß, dass es vertragen kann. Ich weiß nur noch nicht, ob es geht. Denke. Denke, denke, aber wissen... Wissen dessen... Aber haben noch viel Spaß beim Ansehen hier. Danke. Werden wir haben. Danke, nicht. Also... Spaß, Ansehen und so. Einer richtig Laune. Ja, definitiv. Er ist motiviert. Du, kann man die Maschinen nicht irgendwie zusammenhängen? Nee, leider nicht. Ich glaube, das geht nur mit dem extra Gerät. Ach so. Aber das ist nur für die USA. Ja. Die meinen immer, sie brauchen Größezahlen. Ja. Bin ich da auch mit gemeint. Wenn man dein Zeug so anguckt schon. Gut dran, dass du die Felder zusammenlegst, gell? Ja, mach ich gleich. Äh, gleich. Erstmal muss ich ja das Feld pflügen und dann verbiegen nicht. Kannst du es eigentlich auch ordentlich pflügen, dass irgendwo im Feld immer so Flecken sind? Das ist bei so einer langen Breite nicht so gut. Nicht so gut. Nicht so gut. Also, da entsteht schon mal sowas. Muss man ein bisschen fahren dann. Hier gibt's leider keine Fahrschule. Fahrschule. Können wir einführen. Joa. Jeder muss nochmal seine Fahrschule. Äh. Ja. Deutsch muss man auch nochmal lernen, ja. Varuna fährst du zurück? Äh, wie zurück? Die letzte Reihe. Joa, Bahn ist fertig. Es passt so. Okay. Problem ist ja, ich muss ja die Pappeln machen für den Pappel-Show hier, für den Zägewerk Fuzzi. Ja, das ist das Blöde. Ja, das Blöde ist eigentlich, dass ich ja sonst keine Paletten krieg für meine Pellet-Produktion. Ja, das stimmt. Harry mäht einfach immer noch. Ja, wird schon kommen, wenn er fertig ist. Wenn nicht, muss er den Rest selber machen. Eigentlich sollte man längs anpflanzen. Aber der Typ im Pflug, der checkt es ja nicht. Mach ich gleich. Entspann dich. Ja, aber es wäre sinnvoll, wenn wir lang anpflanzen und nicht so quer. Ach so, ja. Wir müssen nur auf die Hände warten. Deshalb zieh mal da hinten, wo du bist, eine Reihe grad runter. Dann. 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 Was machst du dir schon selber aussuchen? Irgendwer hat da gepunkt und nichts gesagt. Wieso? Irgendwer hat gepunkt, aber nichts gesagt. Kann sein. So wahrscheinlich meins ist kaputt. Schon wieder? Ich glaube, meins hängt auch manchmal. Meins ist perfekt. Also, ich weiß nicht, was ihr habt. Und die Traktoren sind nah genannt. Neumann? Ja? Jetzt würdest du auch die richtige Funktion einstellen, sonst wird das nie was. Das ist die richtige Funktion. Was? Das ist die richtige Funktion. Willst du selber aussuchen? Schau dir das an. Hier sind überall Flecken. Ah, jetzt kam es. Ja. Komisch. Jetzt ist es. Ja, jetzt. Hä? Jo. 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 Ich mach das hier. Die Drehfunktion hat er auch noch nicht kennengelernt. Mach das mal richtig, bitte. Ja natürlich, der weiß auch nicht, dass er den Flug drehen kann. Doch, weiß ich. Weiß ich, aber... Ich mach nur Hans-Peter nach. Ach... Aha, ich weiß es ja also. Das weiß man nicht so, ne? Hm... Die Drehfunktion Ging das? Oder hängt das schon wieder? Hängt schon wieder wahrscheinlich. Was denn? Also ich kann ansehen. Na dann passt's. Ich hab anscheinend irgendwas erlaubt. Das taucht immer irgendwie so kundig spät auf. Jo. Warte mal da hinten noch. Ey. Neumann warten. Neumann. Ja. Ich hab anscheinend. Was machst du denn da, Neumann? Umdrehen. Wonach sieht's denn aus? Als ob du irgendwie die halbe Welt umrunden willst. Jo, das würd ich auch schon mal gern machen, ne? Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Wie lange geht das halt eigentlich noch? Twenty minutes. Ich glaub, wir lassen irgendwann zwischendrin mal, hör mal auf und dann kann der Harry weitermachen. Das find ich ne gute Idee. Das ganze Geschäft muss man nicht machen von der Gemeinde aus. Kosten sind ja unsere Kosten. Ich würde sagen, dass die beiden Paletten, wenn sie alle sind. Das kann wirklich noch lange dauern. Das kann wirklich noch lange dauern. Hallo. Hallo. Servus. Jo, ich bin auf dem Weg. Ja, ist gut. Wir warten schon. Bin schon da. Du musst den Traktor noch holen beim Händler. Ach so. Oder meine. Du kannst auch in meine Maschine rennen. Ja, okay. Oder meine. Nein, meine. Meine. Mit was häckseln wir denn das dann? Wie ist sie sich vor dem Arbeiten drücken. Hans-Peter, nicht vor der Arbeit drücken. Ey, nicht aufs Feld. Bist verrückt. Machst deinen Unterboden kaputt. Mit ne Audi. Wo hast du denn eigentlich her? Ja, von dir. Von hier? Ja. Ja. Ja, von dir. Ich glaub, oder was? Ne, damals noch. Äh, auf der... Äh, wir sind ja umgezogen. Vor dem Sturm meinst du wahrscheinlich. Ja, vor dem Sturm. Ach so. So, okay. Ja, wie... Äh... Wir müssen hier der Abstand zahlen, oder? Hier ist das. Zwei Meter, Spurbreite vom Dr. Harry. Ja? Ähm, ich würd gern Leerpaletten bei dir bestellen. Leerpaletten? Ja. Ja, wir sind erst beim Pappeln am Sinn. Ja, wenn du die fertig hast. Ja. Ja, dann... Äh, wie viel würdest du da benötigen? Äh, 20 Stück. Jo, die lefere ich dir, sobald produziert sind. Ähm... Ähm... Und hier, äh, Bretterpaletten würd ich auch für, ja, sechs Stück nehmen. Äh, für was brauchst du die? Äh, die brauch ich für meine, äh, Hallen und so. Ah, ja, okay. Neubauten zu transportieren. Jo. Okay, merci. Jo. Okay. Ciao. Äh, Hans? Ja? Äh, haben Sie sowas, äh, zum, äh, für die Leerpaletten später dann, womit ich die, äh, äh, transportieren kann? Äh, ja, mit dem Palettenanhänger. Ja, aber haben wir da nichts so etwas Spezielles? Wie meinen Sie mit Spezielles? Ja. China-Importe sind nicht mehr möglich. Was ist mit China? China-Importe gibt's nicht mehr. Ach so, ja. Okay. Oh, scheiße. Ja, klar kann ich. Also ich muss sagen, du machst es echt besser als der andere. Nee.